1, 2, 3 und los geht's. Sie haben auf eine zweite Chance gewartet. Darauf, dass ihr Land sie wieder brauchen würde. Die Geduld zahlt sich jetzt Miaus. Wetten, ich treffe diesen Vogel da? Das ist ein Weißkopfadler. Färbt ihr die Federn! Yeah! Was habe ich gewonnen? Ein One-Way-Ticket in die Hölle. Die franco-kanadische Stadt Saint-Georges-du-Laurent befindet sich tatsächlich auf amerikanischem Boden. Sie ersetzen vor Ort eine kanadische Mountie-Einheit. Bestes Benehmen, Burschen. Wir verstehen auch was anderes unter Vergnügen, Freunde. Ich persönlich würde eher ein Elch bumsen. Du bräuchtest eine Leiter, um das zu tun. Wow. Eißen wir unsere Freunde willkommen, die Vermo-Iway-Patrouille. Ich bitte euch, sie wollen uns doch nur sagen, wie toll es für uns wird, Amerikaner zu werden. Und jetzt alle im Tor! Ich schwöre den Vereinigten Staaten ewige Treue! Gott schützt unser geliebtes Amerika! Ganz auswendig! Ist das ein Traum? Est-ce que vous savez, a quelle vitesse vous alliez? Sprechen Sie unsere Sprache auch? Ich schon. Wir wollen, äh, essen? Ihre Papiere. Bitte zeigen Sie mir Ihre Partie-Papiere. Alles läuft nach Vorschrift. Auslandslos! Was macht ihr zwei denn da? Ihr benehmt euch ja wie eine Affenhorde. Was darf sein, Leute? Ein kaltes Bier? Ein Liter Cola? Wie war das gerade? Wollt ihr einen Liter Cola? Kanada ist voll abgefahren. Boop, boop. Lass das sein. Boop, 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 boop. Soll ich ihn erschießen? Den Farber? Boop, 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 boop. Boop, boop, boop. Boop, boop.